Also ich will ja hier keine Diskussion anfangen, aber... Mein Gott, jetzt kommt wieder die Rassismus-Krolle. Was soll man machen? Soll man beichten gehen? Kein Türke will in Deutschland Schweinewürste verbieten. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Es geht mir nur um den Grill. Ich hab kein Problem. Wir sind ein Tennis-Club, ja? Wir haben ja alle kein Problem. Das ist einfach eine Regel. Und das akzeptiere ich. So wie ich die Fans vom VfL Wolfsburg akzeptiere. Was? Vielen Dank.